Hallo, ein kleines, süßes Setsi-Päckchen ist gekommen und ich glaube, das ist der Duft des Monats vom Februar. Und wir packen das zusammen aus. Wir als Berater haben ja den Vorteil, das vorher schon zu bestellen. Und dann kommt das schon mal, jetzt sind wir Mitte Januar, ja, kommt das schon vorher. Und ich packe das jetzt einfach mit euch zusammen aus. Und das ist halt immer ein größerer Set, da hast du dann immer achtmal den gleichen Bufft. Und das teile ich oft dann mit meinem Team auf. Genau, und einmal Duftsticker sind drinnen zum Rubbeln und Riechen, dann duftet das richtig toll. Und zwar heißt der neue Duft Shamrock Splash. Und dann machen wir jetzt mal auf und riechen zuerst. Oh, richtig schöner, frischer Duft. Frisch und fruchtig, was ich jetzt am Anfang rieche. Oh, richtig lecker. Richtig saftig, frisch. Aber so richtig, richtig frisch und ein bisschen fruchtig. So leicht spritzig. Oh, mega. Was ist die Duftbeschreibung? Tauchen Sie ein in eine fröhliche Mischung aus saftiger Mandarine, roter Erdbeer und einem Hauch von Jasminblüte. Oh, also der hat dann diesen leicht blumigen Touch, dieses angenehmeste, leckere Jasmin. Oh, der riecht mega lecker. Und im Februar gibt es 10% Rabatt auf den Duft des Monats Shamrock Splash. Richtig geile Duftempfehlung. Schon mal frischer, fruchtiger Duft mit ein bisschen was Blumigen.